Bleiben wir bei der Sicherheit. Das ist leider richtig, dass unser Innenminister seit längerer Zeit die Polizei und den Verfassungsschutz im Stich lässt. Das hat aber auch mit der Schulpolitik zu tun. Wenn Schulen und Kindergärten der Muslimbruderschaft zugelassen werden, dann ist das einfach inakzeptabel, weil die Kinder, die dort in diesen Schulen und Kindergärten sind, den Muslimbrüdern anderen Gruppen schutzlos ausgeliefert sind. Aber es geht um eine zweite Frage der Sicherheit und Herr Strache, Herr Kurz, da bin ich überhaupt nicht Ihrer Meinung. Die Mindestsicherung macht heute 0,8% der Sozialausgaben aus. 0,8%. Nicht einmal 0,4% der Sozialausgaben werden für Flüchtlinge und Asylwerber ausgegeben. Und da haben wir jetzt einen Punkt, wenn Sie das einsparen, bringt es für das Budget fast nichts, aber es passiert etwas Zweites. Und das wissen Sie ganz genau. Speziell in Niederösterreich und in Oberösterreich. Österreichische, meistens alleinerziehende Frauen mit Kindern Österreicherinnen werden voll getroffen und können dann bei der niederösterreichischen Landesregierung vorstellig werden und bitten, dass ihnen außerturlich geholfen wird. Das ist eine wirkliche Schande, dass Sie Österreicherinnen und Österreichern, die sich einfach nicht wehren können, die Mindestsicherung kürzen. Das ist ein Zwingler von Alberger. Das ist ein Punkt.